Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute mal wieder zu einer Preview für die nächste UFC Fight Night. TJ Dillashaw gegen Corey St. Hagen im Main Event. Das wird ein geiles Ding. Die ganze Preview gibt es jetzt. Viel Spaß dabei. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Haltet übrigens die Augen offen, denn ab morgen, also morgen am Freitag, werden die ersten Kämpfe für den nächsten We Love MMA Termin am 2. Oktober bekannt gegeben. Das heißt, haltet eure Augen auf jeden Fall offen. Aber kommen wir zur UFC Fight Night. Dillashaw gegen St. Hagen ist das Main Event und auch der einzig gute Fighter auf dieser Fight Card. Also eins muss man sagen, die UFC hat extrem stark in dieses Jahr losgelegt, aber macht sehr, sehr schwach wieder weiter. Wir haben danach Uriah Hall gegen Strickland und Leute, schaut euch einfach mal diese Main Card von Uriah Hall gegen Sean Strickland an. Da braucht man sich nicht reinziehen. Aber kommen wir mal zu St. Hagen gegen Dillashaw. Das ist ein sehr spannender Fight. Dillashaw kommt hier nach zweieinhalb Jahren Pause zurück. Unfreiwillige Pause, also zwei Jahre lang musste er Pause machen. Im Januar 2019 wurde er gesperrt. Also er wurde Retro-Perspektiv gesperrt. Rückwirkend, weil im Januar dieser Fight gegen Cejudo war. Dillashaw hat damals in der ersten Runde gegen Henry Cejudo verloren. Dillashaw ging runter, wollte Double-Champ werden, aber wurde eben kein Double-Champion. Nach nun zwei Jahren kommt er zurück. Wie gesagt, eigentlich hätten wir bereits im Mai St. Hagen gegen Dillashaw sehen sollen. Dazu kam es aber nicht. Und deshalb sehen wir jetzt diesen Fight. TJ Dillashaw ist technisch gesehen ein wahnsinnig starker Kämpfer. Und ich denke, rein von der Technik her kann er diesen Kampf gewinnen. Und ausdauertechnisch natürlich auch. Wir dürfen nicht vergessen, Dillashaw war der Champion. Dillashaw gehört zu den besten Kämpfern der Welt. Gar keine Frage. Ich denke, TJ Dillashaw kann diesen Fight. machen, aber Corey St. Hagen ist der bessere, ist der aktivere Kämpfer von beiden. St. Hagen glänzt durch Aktivität. Und Dillashaw eben mit dieser Technik, die er vor zwei Jahren auf jeden Fall hatte. Und dann war es das mit dieser Episode. Viel Spaß bei der kommenden UFC Fight Night. Folgt Willow MMA auf Instagram. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.